Die Bevölkerung hat uns mit dem 60 Millionen Rahmenkrediten klaren Auftrag erteilt, nämlich günstiger Wohnraum zu arbeiten. Es ist uns ein kleiner Kug gelungen. Wir können für 39 Millionen Franken acht Liegenschaften kaufen für 75 Wohnungen in einem sehr günstigen Segment. Wir haben zudem den Zentralweg abgespeckt. Auch dort werden wir wesentlich tiefer als beim ursprünglichen Projekt. Da wird der Stadtrat noch einmal darüber befinden. Wir haben als letztes im Sandtrain eine Liegenschaft gekauft, strategisch wichtig für das Gaswerkenareal. Aber als Zwischennutzung werden wir dort ebenfalls günstiger Wohnraum zur Verfügung stellen können.